Nee, du lass mal, ich mach schon. Gerne. Hör mal, ich will heute abends Barracuda gehen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Doch, eigentlich schon. Ich bin nur schon mit Jens zum Essen verabredet. Soll man das, glaube ich, jetzt ja wohl nicht, oder? Was denn? Ja, was du da gerade gemacht hast. Die Tabletts tragen. Nee, du hast sie nicht getragen, du hast sie gewogen. Ach, das ist doch Unsinn. Ja klar, du hast sie gewogen, um zu gucken, wo mehr drauf ist. Nein, wirklich, die Bewegung, die du da gerade beobachtet hast, die dient lediglich zum Ausbalancieren der Tabletts. Ja, zugegeben, also, das sieht ein bisschen so aus wie abwiegen, aber... Ja gut, ich hab sie abgewogen. Boah, das ist sowas von egoistisch. Nein, egoistisch sind meine drei Brüder, mit denen ich immer ums Essen gestritten habe. Ja, mir kommen gleich die Tränen. Weißt du was? Ich hasse Typen, die ihre Tabletts abwiegen und die immer gucken, wo mehr drin ist. Hi, Eva. Na, wie sieht's aus mit heute Abend? Na ja, ganz gut. Ich muss nur noch mal eben was überprüfen. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Ach, du bei dir? Ja.